Geometrischer Verlauf Geometrische Progression ist eine Folge, in der der nachfolgende Term das Produkt des vorherigen Termes mit einer gegebenen Konstante q ist. Wir können die Definition der geometrischen Progression anhand der Wiederholungsformel erkennen. Um diese Formel zu verstehen, haben wir zunächst den Term a mit dem Index 1, der einem Wert a entspricht. Das heißt, ich definiere einen Begriff als einen beliebigen Wert, das ist mein Anfangswert. Jeder Wert Dann können wir den Begriff a mit Index n lesen. Der Index n ist eine beliebige Zahl, die eine nicht negative Zahl und keine Dezimalzahl sein muss, da es sich um eindeutige und ganzzahlige Indizes handelt, die daher zu natürlichen Zahlen gehören. Und muss größer als 2 sein, sonst handelt es sich nicht um eine Folge. Wir können dann lesen, dass der Term a, Index n, gleich dem Term a, Index n minus 1, mal einem Wert q ist, sodass jeder Index n zur Menge der natürlichen Zahlen gehört und n größer ist als oder gleich 2. Unter Berücksichtigung dieser Formel können wir nun mit dem Verständnis der geometrischen Progression fortfahren. Wir können eine zunehmende geometrische Progression auf zwei Arten erreichen. Schauen wir uns diese Wiederholungsformel an. Wenn er größer als der Term a, Index n minus 1 ist, dann impliziert dies, dass die Division von a, Index n durch a, Index n minus 1, diese Division größer sein muss als 1. Nehmen wir an, wir haben die Folge 2, 4, 8, 16 und so weiter. Nehmen wir an, a, Index n ist 8 und a, Index n minus 1 ist 4. Wenn ich a, Index n, durch a, Index n minus 1 dividiere, ist der Wert 4 und 4 ist größer als 1. Wie in der Wiederholungsformel gezeigt. Damit diese Folge so aussieht, gilt, dass der Wert von q2 ist. Also größer als 1. Somit ist bei jeder geometrischen Folge, die einen nachfolgenden Wert hat, der größer als der vorherige ist, das Verhältnis zwischen ihnen größer als 1 und sein Q-Wert wird größer als 1 sein. In der zweiten Zeile der Wiederholungsformel haben wir nun negative Terme. Wenn der Term a, Index n, einen kleineren Modul hat als der Term a, Index n minus 1, dann erzeugt seine Division eine Zahl zwischen 0 und 1. Damit die Terme also ansteigen, muss q sein zwischen dem Wert 0 und 1. Beispielsweise sind minus 54, minus 18, minus 6, minus 2, minus 2 geteilt durch 3 und so weiter aufsteigende Terme. Wenn wir also zum Beispiel minus 18 dividieren, was der Term nach dem Term minus 54 ist, dann erhalten wir eine Zahl zwischen 0 und 1, und wenn wir nach dem multiplikativen Wert suchen, erhalten wir den Wert 1 dividiert durch dritten. Wir können auch einen konstanten PG haben. In diesem Fall haben wir zwei Möglichkeiten. Wenn der Anfangsterm 0 ist, hängen alle Werte vom Produkt mit dem Anfangsterm ab und somit werden alle Werte 0, unabhängig vom Wert von q. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass die Werte der nachfolgenden und vorherigen Terme gleich sind, sodass q den Wert 1 hat. Es gibt auch alternierende Werte. Wenn ein Wert das entgegengesetzte Vorzeichen zum vorherigen hat, geschieht dies, wenn der Wert von q negativ ist. Und wir haben immer noch die stationären Terme, wenn der Anfangsterm ungleich 0 ist und alle anderen Nullen sind. Dies geschieht, wenn der Wert von q 0 ist. Hallo, unser Video ist zu Ende, aber Sie finden noch viele weitere Neuigkeiten auf unserem YouTube-Kanal Buscada Ferdade und auf unserer Website reformadorasdasaude.com. Neuigkeiten in Videos und Texten mit diversen Tipps zum Thema Gesundheit. Historische Themen, archäologisch, pädagogisch, Grundsätze und Tugendien, Mathematik und Physik, Geografie und Naturwissenschaften, Methoden und vieles mehr. Treten Sie unserem Kanal und unserer Website bei und Sie werden Millionen von Themen sehen, die dort behandelt werden. Verschwende keine Zeit. Wissen ist Macht. Wir warten dort auf Sie. Bis später.